ich in der identifikation mit mir als selbst könnte sagen ich erlebe manchmal dass es eine tendenz von einem ich gibt dass ich selbst beweisen möchte durch verschiedene möglichkeiten durch 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 wegs los los weg durch jeglicher kontakt 12 am strand von mama kata sie haben wir keine fanatio gemacht felatio federalistische fundamentale transpirenz transpirierst du auch 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 ein radio 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 aktives zerfalls teilchen teil teilchen es ist ein teilchen es ist ein teilchen wer ist vom teilchen geteilt teilt es teilt das teilchen sich mit mitteilung eine mitteilung von einem teilchen das sich mitteilen möchte ich möchte euch doch allen nur unsere eigene selbstlosigkeit vor augen führen so dass wir immer auch immer immer nur so reagieren müssen als ob wir selbst die freiheit sind und uns von dem anderen als uns selbst in das innerste sehen zu können denn wir wissen dass wir nichts wissen und wissen gleichzeitig dass wir alles sind was wir nicht wissen und auch jegliche wahrnehmungsstufe könnte lediglich ein stolperstein sein für ein pferd das nur imaginiert wäre und es würde ein imaginierten sturz erleben und es würden engelchen kommen und es wieder imaginativ völlig heil machen oder mitnehmen in die auflösung die verdünnung die verarschung die verstaubung die weiträumung die weiträumige gleichung gleich und schleich schleich meine wieso wieso unterbrechen sie meinen redefluss das ist keine nuss mehr das ist die nuss will ich nicht mal telefonieren